Wenn man anfängt zu reden, Bismillahirrahmanirrahim, das heißt im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Elhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah lobsa Allah, dem Herrn der Welten, denn der Prophet s.a.w. hat gesagt, also das wird auf jeden Fall beliefert, immer wenn jemand anfängt, der lobt nicht zuerst den Allmherzigen Gott, also das Ding seine Worte wie so, ja, also das ist eine schlechte Sache, man sollte anfangen, erst mal den Allmherzigen Gott loben, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al rasulillah, und Friede und Segen sei auf dem Gesandten Allahs, s.a.w. Also heute, das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema, denke ich, viele Menschen haben sich die Frage schon mal selber gestellt, oder ich denke, jeder Mensch hat sich die Frage schon mal selber gestellt, was ist der Sinn seines Lebens, die wenigsten haben eine Antwort und die allerwenigsten haben eine sinnvolle Antwort darauf, und das ist als allererstes mal sehr wichtig für die Person selber, dass er vielleicht auch etwas für sich mitnehmen kann, und auf der anderen Seite ist das sehr wichtig, wenn jemand den Islam verstehen will, weil im Islam geht es eigentlich um den Sinn des Lebens, und leider heutzutage, wenn man über Islam redet, dann werden immer irgendwelche Randthemen angesprochen, entweder Themen, die eigentlich weniger mit Islam zu tun haben, sondern mehr mit dem Verhalten von Muslimen, was nicht unbedingt islamisch sein muss, zum Beispiel islamischer Bombenleger oder so, und dann wird gesagt, ja guck mal die Muslime, was die gemacht haben, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Christentum messe, dann sage ich auch nicht, wir haben letztens einen evangelischen Pfarrer gesehen, der hat seine Tochter verheiratet, verheiratet ist nicht so schlimm, der hat seine Tochter vergewaltigt, das sagt ja auch keiner, das ist Christentum, das heißt also, also erstmal kommt man mit irgendwelchen Sachen, die eigentlich nichts mit Islam zu tun haben, an zweiter Stelle werden irgendwelche Sachen genannt, ja warum ist das verboten, warum gibt es im Islam Kopftuch, und warum das nicht, warum kein Schweinefleisch und so weiter, solche Fragen, und ich denke, dass wir mit diesem Vortrag diese Fragen alle auf einmal beantworten können, ohne auf die Frage selber einzugehen, indem wir erstmal verstehen, worum geht es überhaupt, worum geht es überhaupt im Islam, denn wie ich schon gesagt habe, im Islam geht es eigentlich um den Sinn des Lebens, ich habe gesagt, also wenn ich Fragen, ich habe schon mal Umfragen gemacht, in diesem Zusammenhang, was ist der Sinn des Lebens, und Subhanallah, der Prisenseite, der Allmächtige Gott, ich habe gesehen also, dass man eigentlich, ich treffe immer auf vier verschiedenen Kategorien von Antworten, wenn man also den normalen Menschen fragt, was ist der Sinn deines Lebens, deswegen frage ich sie jetzt, aber sie sollen mir nicht antworten, sondern sie sollen, dass sie sich selber beantworten, ja, und dann zähle ich bis fünf, ich frage sie, was, also nicht reinrufen, jetzt haben wir ja Chaos, ich sage, was ist der Sinn ihres Lebens, eins, zwei, drei, vier, fünf, machen wir bis sieben, sechs, sieben, so sieben Sekunden, normalerweise müsst ihr diese Antwort, die müsst ihr normalerweise aus der Pistole geschossen herauskommen, ja, wenn man ihn fragt, warum geht der Arbeit, dann sagt die sofort, ja, wenn ich Geld verdiene, wenn man sagt, ja, warum gehst du mit deiner Familie in den Zoo, sagst du ja, damit die Kinder Spaß haben, also, wenn man nach dem Sinn irgendwelcher Sachen fragt, weiß man sofort Bescheid, deswegen, normalerweise müsste man jetzt sofort wissen, was ist der Sinn seines Lebens, aber ich sage, ihre Antworten, natürlich nicht von allen, die werden wahrscheinlich, in einer von den vier Kategorien, die ich jetzt aufzähle, anzutreffend sein, also ihre Antwort, die erste Antwort ist, und das ist, was ich festgestellt habe, was die meisten Menschen sagen ist, keine Ahnung, was ist der Sinn seines Lebens, ich habe mal einen gefragt, ich habe mir gesagt, was ist der Sinn seines Lebens, ich habe gesagt, das würde ich auch gerne wissen, hat er gesagt, also das ist erstmal die erste Sache, und natürlich, ich meine, wir können darüber lachen, aber eigentlich ist das traurig, weil normalerweise, also wenn jemand nicht weiß, warum er lebt, dann lebt er ein trauriges Leben, weil dem sein ganzes Leben, dem sein Ziel im Leben ist Staub, dem sein Ziel im Leben ist das Grab, ist doch traurig, oder? Also ich meine, keiner von uns will sterben, jeder Mensch will ewig leben, aber jeder Mensch wird sterben, jeder Mensch will gesund sein, aber man wird krank, das ist eine Tatsache, die der allmächtige Gott für uns vorherbestimmt hat, und wie gehen wir mit diesen Sachen um, und was ist der Sinn im Leben? Und meistens, wenn man die Menschen dann sieht, die nicht wissen, was der Sinn im Leben ist, die haben immer ein besonderes Gesprächsthema, weißt du welches? Das Wetter, wie ist das Wetter heute? Ach, heute ist das Wetter schlecht. Heute ist es zu regnerisch, morgen ist es zu kalt, morgen ist es zu heiß. Das muss man echt feststellen, oder? Wie hat der Nachbar geparkt? Guck mal, der hat zu falsch geparkt, der hat etwas zu weit geparkt, guck mal, der steht fast auf der anderen Spur, und so weiter. Das ist, und man muss sich mit irgendeiner anderen Sache, dann lachst du, man muss sich mit irgendeiner Sache beschäftigen, aber eigentlich, wie ich schon gesagt habe, ist das eigentlich eine traurige Sache, weil, wie gesagt, man muss ja wissen, wozu man lebt. Ja, jeder Mensch von uns, jeder, der hier sitzt, außer vielleicht jemand, der irgendwie krank ist, oder so, aber es sehen alle gesund aus hier, Alhamdulillah, gelobt sei Gott, alle sehen gesund aus hier, außer jetzt jemand, der vielleicht psychisch krank ist, der will sterben, aber jemand, der wirklich psychisch gesund ist, der will leben, ja, und selbst der reichste Mann der Welt, wenn man ihm, seine Augen wegnehmen würde, nur etwas von seiner Gesundheit, er würde sein ganzes Vermögen geben, um wieder seine Augen zu bekommen, und deswegen, trinken, mein Mund wird immer schnell trocken, so, deswegen muss man gucken, was ist der Sinn des Lebens, also wer keine Ahnung hat, und in dieser stockfinsteren Orientierungslosigkeit lebt, ist ja keine Schande, darin zu leben, aber, es ist eine Schande, wenn man nicht danach sucht, was ist der Sinn jetzt. Zweite Antwort, die man dann häufig bekommt, das ist die, das ist die Antwort, Spaß, Spaß ist der Sinn meines Lebens, hört man gerade heute oft bei Jugendlichen, und Subhanallah, ich bin wirklich, Alhamdulillah, eine Person, ich bin eigentlich viel rumgekommen, habe viel gesehen, und ich muss sagen, ich habe festgestellt, die Menschen, die sagen, Spaß ist der Sinn ihres Lebens, davon hatte ich viele in meinem Bekanntenkreis gehabt, davon ist die Hälfte heute, von denen, die gesagt haben, Spaß ist der Sinn ihres Lebens, die Hälfte davon sind entweder alkoholabhängig, oder drogenabhängig, oder im Klass, oder im Klass, der hat mich erinnert, ja ohne Quatsch, ist wirklich so, und was ich festgestellt habe, ist, dass die Leute, die sagen, Spaß ist der Sinn des Lebens, das eigentlich die unglücklichsten Menschen sind, ich sage, nicht, wir dürfen keinen Spaß haben im Leben, im Gegenteil, im Islam, wir haben Spaß, wir haben ja jetzt auch Spaß, Inshallah, also man darf im Islam Spaß haben, nur, was ist das Problem, wenn ich sage, Spaß ist der Sinn meines Lebens, das ist das Bewusstsein dieses Menschen, dieser Mensch sagt sich, ja okay, ich lebe von A bis B, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre, 80, 90, vielleicht 100, und in diesem Moment, ja wenn ich Spaß habe, habe ich Spaß, also muss so viel wie möglich, also Spaß erzeugen, und dieser Mensch in den meisten Fällen, wenn er sagt, Spaß ist der Sinn eines Lebens, er sucht immer den Kick, natürlich können wir den Kick haben, ja ist kein Problem, also, ihr wisst schon, wie ich das meine, jetzt auf dem Sinn, was den Menschen nicht schadet, aber was versuchen diese Menschen, die sagen, guck mal, ich bin nur glücklich, wenn ich den Kick habe, und dann fangen sie an, diesen Kick zu erzwingen, weil dieser Kick, ist der Sinn ihres Lebens, und wie erzwingt man den, den Kick, zum Beispiel, der geht in die Disco, der ist an dem Tag nicht gut drauf, da sagt er, ich muss mir richtig einen, hinter zwitschern, damit ich gut drauf bin, dann kann ich mit den Frauen reden, oder ich muss eine Droge nehmen, Näschen ziehen, und so weiter, so auf gut Deutsch, wie die Leute reden, und das sieht man dann sehr oft, und ich habe, also ich habe wirklich so viele Leute gesehen, die also diesbezüglich dann auch wirklich in Drogen reingeraten, weil sie gesagt haben, Spaß ist der Sinn ihres Lebens, und eigentlich leben die Menschen so, wie in einem, wie soll ich sagen, wie in so einem Kreis, ja, eigentlich das ganze Leben ist sinnlos, diese innere Zufriedenheit, die fehlt eigentlich, und man sucht immer nach dem Kick, und man fängt an zu messen, viele Leute fangen an zu messen, die sagen, ja okay, wenn ich zweimal im Jahr im Urlaub fahre, so denken manche Leute wirklich, sicherlich nicht alle, manche Leute denken, so ja, wenn ich zweimal im Jahr nach Mallorca fahre, zum Ballermann, da bin ich glücklicher, als wenn ich einmal im Jahr nach Mallorca fahre, und eigentlich das, was Spaß erzeugt, das, was einem Spaß bringt, weil es gibt ja Spaß, ich habe ja schon gesagt, wir haben nichts gegen Spaß, wie es jemand falsch versteht, das wird eigentlich zum Zwang, ja, das wird so wie, oh, warte mal, nicht, dass ich was von meinem Leben verpasse, und deswegen hört man vielen Leuten reden, sie sagen, du verpasst ja was von deinem Leben, aber das ist eigentlich, weil diese Menschen selber empfinden, dass ihr Leben so an ihnen vorbeirast, und oft, das fängt mit 16, 17 an, da ist man noch gut drauf, dann auf einmal 15 Jahre später, trifft man sich immer noch an derselben Stelle, in der Stammdisco, und dann denkt man ja, wofür habe ich das eigentlich alles gemacht, also Spaß ist nicht der Sinn des Lebens, Spaß ist wie gesagt schön, aber Spaß ist schlecht, wenn das der Sinn des Lebens ist, und Spaß ist schlecht, wenn man versucht, den Spaß zu erzwingen, und wenn ich sagen würde, Spaß ist der Sinn des Lebens, das ist so, als wenn ich in die Schule gehen würde, und würde sagen, der Sinn der Schule ist, Fußball in der Pause spielen, und Spaß haben, oder lachen, also das ist nicht der Sinn des Lebens, sondern das ist schöner neben mir Fakt, den wir als Muslime auch gerne haben, ja nicht, ich glaube, Khomeini hat gesagt, mit dem haben wir nichts zu tun, der hat gesagt, der hat gesagt, Spaß ist in der Religion verboten, richtig, aber das ist falsch, Islam, Spaß ist erlaubt, aber erlaubter Spaß, der nächste Sinn, den Leute angeben ist, irgendein Sinn, verbunden mit Beruf, Hobby und Familie, der eine sagt, mein Sinn im Leben ist ein guter Lehrer sein, nicht schöner Lehrer, ok, schöner Lehrer vielleicht auch, oder Lehrerin, der eine sagt, der Sinn des Lebens ist Arzt sein, Starart sein, der andere sagt, mein Sinn des Lebens ist mein Hobby, was weiß ich hier, Trier besuchen, oder Kilimandscharo besteigen, oder irgendwas, oder die Zugspitze, und der andere sagt, irgendwie mit der Familie, mein Sinn im Leben ist, eine schöne Familie haben, dann sagen wir, das ist gut, Beruf, du sollst einen guten Beruf haben, warum nicht, das ist das, was Islam sagt, und der allmächtige Gott, hat dir ein Talent gegeben, ein spezielles Talent, zum Beispiel, der eine hat ein Talent, um Arzt zu sein, beispielsweise, er kennt sich, er kann biologische Mechanismen schnell verstehen, der andere hat ein Talent, um irgendetwas anderes zu machen, von mir aus, Maurer, Schreiner, egal was, und natürlich soll er dieses Talent nutzen, und das ist sogar sehr gut, wenn er dieses Talent nutzt, aber das ist nicht der Sinn des Lebens, das ist eine Aufgabe im Leben, das ist genauso, als wenn ich sagen würde, der Sinn der Schule wäre Biologie, aber der Sinn der Schule ist nicht Biologie, Biologie ist ein Fach, das, worin du vielleicht Talent hast, oder Mathematik, oder Deutsch, aber es ist nicht der Sinn an sich, sondern der Sinn ist etwas, was danach kommt, ein Ziel, dann zum Beispiel das Hobby, wir sagen auch, du kannst ein Hobby haben, im Islam natürlich kannst du ein Hobby haben, solange das nicht Menschen ausrauben ist, oder so, und manche haben vielleicht Menschen ausrauben als Hobby, oder Lehrer tyrannisieren, wie wir jetzt in Berlin, in der Müsli-Rüstli-Schule, oder wie die heißt, und dann der nächste Punkt ist Familie, also wenn jemand sagt, Familie ist der Sinn des Lebens, natürlich soll man ein guter Familienvater sein, und man soll eine Familie haben, das ist alles gut und schön, und man soll dann seine Aufgabe gut machen, ja, aber das heißt nicht, dass die Familie Sinn ist, sondern die Familie ist etwas, worin du lebst, worin du dich bewegst, etwas, was zu deinem Leben gehört, aber nicht der Sinn an sich, sondern wie gesagt, wenn wir sagen würden, das wäre der Sinn, das wäre wie gesagt, als wenn ich sagen würde, in der Schule, der Sinn der Schule wäre, also Biologie, oder Deutsch, oder irgendein Fach, und was ist der Sinn der Schule, also der Sinn der Schule ist ja, wie wir wissen, eine allgemeine Bildung zu bekommen, oder beziehungsweise ein Zeugnis am Ende zu bekommen, mit dem man dann weitergehen kann in seinem Leben, jetzt, nächster Sinn, oder nächste Sache, was die Leute aussagen, und sie denken meistens, das ist eine ziemlich intelligente Antwort, aber so intelligent auch wieder nicht, ist schön, das ist die Antwort, der Sinn meines Lebens, ist es Zufriedenheit, glücklich sein, ich sage klar, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der nicht zufrieden und glücklich sein will, in seinem Leben, das ist wieder genau dasselbe, wie mit dem Spaß, oder mit der Schule, natürlich, wenn ich in die Schule gehe, dann möchte ich Freunde haben, dann möchte ich dort mich wohlfühlen, und genauso ist es hier im Leben, jeder Mensch will sich hier wohlfühlen, aber es ist kein Sinn an sich, das ist nicht kein Sinn, sondern das ist eine Sache, die jeder haben will, also wie gesagt, das Beispiel mit der Schule, hat man jetzt schon verstanden, so, und dann ist natürlich die Frage, wie sagt hier jemand, wie wird man glücklich, natürlich nicht jeder, aber ich rede allgemein, es gibt also diese Vorstellung, man wird glücklich, beispielsweise, dass man die absolute Freiheit genießen muss, das heißt, und viele Menschen heute, man hört das jetzt, ich bringe ein aktuelles Thema mit rein, was man hört mit den Findelkindern, die sagen, wenn ich das Kind habe, oder die haben das Gefühl, das nimmt etwas von meiner Freiheit weg, das heißt, wenn ich das habe, ich habe weniger Freiheit, ich werde weniger glücklich, weniger zufrieden sein, weil sie sehen das als Freiheit Einschränkung, weil leider, ist bei vielen Menschen, der Gedanke von Freiheit, oder bedeutet Freiheit, bei ihnen für nichts Verantwortung übernehmen zu müssen, oder Freiheit, alles zu kaufen zu können, was einen Preis hat, wenn man das nötige Geld hat. So, und, dann die nächste Sache ist auch, dass man in dieser Sinne, um frei und, oder um glücklich und zufrieden zu sein, in diesem Land, oder nicht nur in diesem Land, sondern allgemein, mit vielen Normen, also konfrontiert wird, dass man also diesen Normen entsprechen muss. Und ich lese da mal kurz was vor, aus diesem Buch hier, Soziologie kompakt, hier steht auf Seite 172, so, jetzt habe ich die Seite verschlagen, ja genau, hier, nee, Seite 174, wer es nachschlagen will, Soziologie kompakt von Klaus Feldmann, ich glaube zwar nicht, dass einer nachschlagen will, aber macht ja nichts. Da der nackte Körper in der Öffentlichkeit immer mehr gezeigt werden darf, und immer mehr gezeigt wird, und gleichzeitig erbarmungslose Schönheitsnummerungen, vor allem über die Medien verbreitet werden, ergibt sich eine Diskriminierung der von diesen Normen abweichenden Menschen. Ich habe eben schon gesagt, man muss Normen entsprechen, um zufrieden und glücklich zu sein. Wie gesagt, das ist allgemein gesagt, jetzt nicht auf die spezielle Person. Und dann liest man zum Beispiel hier in der Zeitung, habe ich was mitgebracht hier, hier, Tageszeitung, wenn man den Normen nicht entspricht, wozu das führen kann, hier, Tageszeitung in Köln, wollen ja keine Werbung machen, hier, Penis zu kurz, Schüler springt vom Hochhaus. Ein Schüler 18 springt vom Hochhaus, in seinem Abschiedsbrief schreibt er für seinen Selbstmord, sein Penis sei angeblich zu kurz, der Junge hat sich deshalb schon im vergangenen Jahr ärztlichen Rat eingeholt, dabei war ihm gesagt worden, dass sein Penis für einen Mann seines Alters normal entwickelt sei. Und das sieht man dann, diese ganzen Normen, das was über die Medien verwickelt wird, der hat ja dann Komplexe aus dieser Sache heraus, das sind natürlich jetzt, ich bringe ja extra extreme Beispiele, ja, weil ich hoffe, dass es hier keiner vorhat, vom Hochhaus zu springen, aus welchen Gründen auch immer. Okay, jetzt sagen wir, wenn wir in der Schule sind, habe ich schon gesagt, wir müssen ein Endziel haben. Und jetzt muss man sich mal fragen, meint man, man wird glücklich sein, wenn man denkt, und das denken viele Menschen, jetzt gerade in Deutschland, viele Menschen sind Atheisten, oder wenn sie sich einer bestimmten Religion zuschreiben, wie zum Beispiel, ja, evangelisch, katholisch und so weiter, ja, dann haben sie trotzdem von dieser Sache auch wenig, meistens wenig Wissen, in den meisten Fällen, und, keine richtigen Vorstellungen, was im Jenseits passiert, und machen sich darüber keine Gedanken. Ich frage jetzt, jemand, der nicht an der Hand glaubt, dass er irgendwann, nach dem Tod aufhängen wird, kann dieser Mensch glücklich leben? Kann dieser Mensch glücklich leben? Dieser Mensch hat keine Hoffnung. Dieser Mensch, sein Endziel ist das Grab. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn man heutzutage Menschen fragen würde, wenn du morgen sterben würdest, ich bin laut, oder? Oder ist das okay so? Ja? Okay, kein Problem. Nicht, dass die Trommelfälle gleich hier platzen oder so. Wenn man ihn fragt, was würdest du machen, wenn du morgen stirbst? Dann würden viele Leute sagen, ja, wenn ich morgen sterben würde, dann würde ich heute in den Club so und so gehen, richtig einen drauf machen, richtig einen saufen, oder nicht einen machen oder in andere Orte gehen. Oder in andere Orte gehen. Das ist das, was viele Menschen sagen würden. Aber ich frage jetzt, wenn dieser Mensch denkt, er stirbt morgen und danach kommt nichts mehr, wird er an diesem Tag glücklich sein, wenn er auf der Tanzfläche am Singen ist und am Tanzen und am Alkohol am Trinken ist? Nein. Er wird Abschiedsbriefe schreiben wollen. Er wird sich denken, guck mal, von wem ich mich alles verabschieden muss. Wenn bei Ihnen in der Familie mal jemand gestorben ist, jemand ist gestorben, wie traurig ist man darüber? Wenn man diese Person erstmal auf jeden Fall, es sei denn im Jenseits, nicht mehr sieht. Aber wie ist das erst für die Person, die stirbt? Von wie vielen Menschen dem diese Person abschied? Und das heißt, jetzt, um wieder zurückzukommen, wenn jemand sagt, ich bin nicht glücklich, oder was heißt, er sagt es natürlich, weil jeder, da redet sich ja jeder ein, er ist glücklich, er sagt, er stirbt morgen und er kann nicht glücklich sein bei diesem letzten Abend und er weiß, morgen früh um 8.30 Uhr wirst du sterben. Und er ist am Tanzen. Das ist alles nur Show, um seinen Frust wegzutrinken, um sich mit dem Jägermeister von diesem grauen Alltag zu betäuben. Das ist der Punkt. Wie ist das aber jetzt mit jemandem, der ein ganzes Leben lebt in dieser Vorstellung? Erstens ist er nicht überbetäubt vom Jägermeister oder was weiß ich, von anderen Sachen. Und zweitens, der wird im Hintergedanken auch die Sachen haben, weil der Tod ist etwas, was keiner leugnen kann. Also wird derjenige unglücklich sein. Deswegen, wir haben jetzt gesehen, dass diese Antworten, die die meisten Menschen bringen, keinen wirklichen Sinn haben. Und dass jemand, der nicht weiß, wozu er lebt, auch nicht so, ich sage, damit ich keinen jetzt ärgere oder auf den Schlips trete, er wird nicht so glücklich sein, als wenn er wüsste, wozu er lebt. Auf keinen 100% sicher. Sind wir uns da einig? Danke, alle sagen ja. Okay, sind alle einig. So, jetzt ist die Frage erstmal, jetzt muss man sich mal überlegen, warum weiß man das nicht? Wenn ich jemanden frage, was ist der Sinn des Essens? Dann sagt er, der Sinn des Essens ist Nahrungs. Also Nährstoffe aufnehmen, Vitamine, Eiweiße und so weiter. Frage ich jemanden, was ist der Sinn des Schlafens? Sagt er, dass ich regenerieren, ausruhen? Was ist der Sinn des Atemens, Sauerstoffaufnahmen? Was ist der Sinn? Was ist der Sinn? Was ist der Sinn des Arbeiten? Und so weiter. So kann ich hunderte Fragen stellen und hunderte verschiedenen Menschen der Welt und kriege überall dieselbe Antwort. Aber komischerweise, wenn ich das im Sinn des Lebens frage, dann kriege ich nur Schulterzucken oder Kopfschütteln oder halt irgendwelche Antworten, die eigentlich keinen wirklichen Sinn geben oder keine Antwort sind auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Woran liegt das? Weil die Menschen nicht wissen, woher sie die Antwort bekommen können, was der Sinn des Lebens ist. Man muss sich an den wenden, der uns erschaffen hat. Wenn jemand ein Auto herstellt, dann gibt er dem Auto auch zwangsläufig den Sinn. Und derjenige, der uns erschaffen hat, der allmächtige Gott, der hat uns auch einen Sinn gegeben. Also müssen wir gucken, woher kriegen wir das? Wo können wir erfahren, was der Sinn unseres Lebens ist? Und jetzt kommen wir erst mal an zwei Hindernisse, die uns auf diesen Weg bringen, zu erkennen, was der Sinn unseres Lebens ist. Erste Hindernis ist, dass es also Personen gibt, Menschen gibt, Ideologien gibt, die dem Otto-Normalverbraucher eingeredet haben, es gibt keinen Gott. Das ganze Leben ist ein Zufall. Du lebst ein bisschen, danach bist du tot. Das hat alles keinen Sinn. Das war alles nur ein großer Knall. Da hat sich das ganze Leben mit seinen kompliziertesten Varianten zusammengewürfelt. Das ist das, was viele sagen. Und da kommt man mit irrationalen Theorien daher, die also dem Menschen klar machen sollen, dass er keinen Schöpfer hat. Und stellt das auch noch als wissenschaftlich bewiesen dar, dass es keinen Schöpfer gibt. Und an dieser Stelle wollte ich, dass der Bruder erst mal ein paar Vers aus dem Koran vorliest. Er soll das erst auf Arabisch vorlesen. Ich hoffe, du hast eine schöne Stimme. Inshallah. Okay. Und weil das Arabisch ist eine Medizin, da haben sie auch mal gehört, wie sich das anhört, wenn jemand Koran liest. Und danach werde ich das inshallah, die ungefähre Übersetzung auf Deutsch geben. Achso, du hast ja schon ein Mikrofon. Gut. A'udhu billahi minash shayqani rajim. bismillahirrahmanirrahim. 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 bismillahirrahim. bismillahirrahmanirrahim. 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 As-Sakallaho khayya. Möge Allah dich belohnen, Bruder. Als allererstes, wenn man anfängt, den Koran zu lesen, Allah, also der Al-Mashi, Gott sagt im Koran selber, wenn man den Koran vorlesen soll, dann soll man erst Zuflucht nehmen bei dem verfluchten Satan. Also man soll bei Allah Zuflucht nehmen vor dem verfluchten Satan. Das wollte ich nur mal kurz erklärt haben. Also dann sollen wir mal eine Schrift nennen, die sagt, wenn du sie liest, dann sollst du erst mal Zuflucht nehmen beim Satan. Und das ist, wo er am Anfang gesagt hat, a'udhu billahimina shaytanirrajim. Das heißt also, ich suche bei Allah, bei meinem Mäschten Gott, Zuflucht vor dem verfluchten Satan. Dann kommt dieser Vers, übrigens, wer es nachschlagen will, das ist in Surah 3, Vers fängt ab Vers 189 an. Dann heißt es, und Allahs, also der allmächliche Gott, die Christen in den arabischen Ländern sagen auch Allah, womit das keine Missverständnisse gibt. Weil viele Leute denken, wenn sie Allah hören, dass irgendein arabischer Gott mit Turban auf dem Kamel oder so. Aber das ist nicht Allah, sondern Allah ist der allmächliche Gott. Es ist kein Mensch, der über unserer Vorstellungskraft liegt. Und Allahs ist das Reich der Himmel und der Erde. Und Allah hat über alle Dinge Macht. Siehe, in der Schöpfung von Himmeln, von Himmeln, weil Allah hat nicht nur einen Himmel erschaffen, sondern sieben Himmeln erschaffen. Hätte auch hundert Himmeln erschaffen können, er hat sieben Himmeln erschaffen. In der Schöpfung von Himmel und Erde und in dem Wechsel von Nacht und Tag sind wahrlich Zeichen für die Verständigen. Also in dieser Schöpfung sind Zeichen für die Verständigen. Die da, Allahs Gedenken, ihm stehen und sitzen und liegen und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken und die sagen, also jetzt, was die Leute sagen, unser Herr, du hast dies nicht umsonst erschaffen, preis sei dir und bewahre uns vor der Feuerpein. Also in diesen Versen macht uns der allmächtige Gott aufmerksam auf die Schöpfung von Himmel und Erde. Er macht uns aufmerksam auf den Horizont, auf die Sonne, auf die Planetenkonstellationen. Und dann sagt er, praktisch, also in dem Sinne kommt uns rüber, dass wenn wir diese Sache genau betrachten, dann kann nicht sein, dass das einfach ohne Sinn erschaffen worden ist. Oh Allah, oh Al-Mecher Gott, das hast du nicht umsonst erschaffen. Warum? Weil das Design davon, das ist sehr gewaltig und präzise. Und etwas sehr Gewaltiges und Präzises, das kann nicht einfach zusammengewürfelt sein. Das kann nicht einfach ein Zufall sein. Das heißt, in dieser Schöpfung sehen wir Zeichen. Und diese Schöpfung sind Zeichen für die Existenz des Allmächtigen Gottes. Wenn ich beispielsweise mit einem von Ihnen durch die Wüste gehe und da steht ein Haus, mitten in der Wüste mit Klimaanlage, Rollladen, elektrische Rollladen und ich sage, ja hier ist keiner, der das Haus erbaut hat, hier war bestimmt eine Explosion gewesen und hat sich Stein auf Stein gesetzt. Würde man das akzeptieren? Nee, natürlich würde man das nicht akzeptieren. Wenn ich zehn Murmeln nehme und nummeriere diese Murmeln von eins bis zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und tue die alle in eine Tüte hinein oder in einen Beutel. Und ich sage zu ihm hier oder zu ihm auch, nimm Murmel Nummer eins raus, ohne dass er reinguckt und er greift rein und tatsächlich, der holt nicht Murmel Nummer zwei raus und auch nicht Murmel Nummer drei, auch nicht Murmel Nummer sieben und der holt Murmel Nummer eins raus. Und dann, ohne zu gucken, Murmel Nummer zwei und dann, ohne zu gucken, Murmel Nummer drei. Wisst ihr, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass er alle zehn Murmeln in derselben Reihenfolge rausholt? Ich meine, ist ja möglich, oder? Wisst ihr, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist? 26 Millionen zu eins. Dass er die alle in derselben Reihenfolge rausholt. Dann frage ich sie und frage mich selber, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn, wo ist der nächste Flughafen hier? Hagen. Hahn? Hahn. Hahn. Okay. Gibt es auch Huhn? Okay. Hahn. Also der nächste Flughafen in Hahn. Ich sage, wenn ich da vorbeigehe, da steht eine Boeing 747 und ich sage, oh, diese, 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 diese Flugzeug, da steht keiner, der es gebaut hat. Wo sind die Mechaniker? Ach, hier war vor ein Wirbelwind und ein Schrottplatz, da kam ein Wirbelwind, da haben sich die einzelnen Teile zusammengesetzt zu der Boeing 747. Was würde man zu mir sagen? Würde man mich einweisen? Würde man mich ernst nehmen? Oder was würde man machen? Oder würde man den Notarzt rufen? Wenn ich das sagen würde. Und was sagen die Wissenschaftler? Die Wissenschaftler sagen, viele haben ja sicherlich Biologie gehabt, wie die Zellen aufgebaut sind, die sagen, eine einzige menschliche Zelle, dass eine einzige menschliche Zelle durch einen Zufall entsteht, das wäre so ein Zufall, als wenn über einen Schrottplatz, ich habe gesagt, über einen Schrottplatz, ein Wirbelwind, da fängt sogar das Baby an zu schreien. Kann er nicht glauben. Das wäre so, als wenn über einen Schrottplatz ein Wirbelwind feht und danach steht da eine Boeing 747. Und das ist eine einzige menschliche Zelle, weil wissen Sie, wie eine menschliche Zelle aufgebaut ist? Mit russchondischem Körper, welcher Stoff geht in die Zelle rein, welcher Stoff geht in die Zelle raus? Das ist wie eine Fabrikanlage. Ist das ein Zufall? Jetzt haben wir von einer menschlichen Zelle geredet. Jetzt haben wir nicht von ganzen Zellfunktionen geredet, ganzen Zellen, ganzen Körpern, wo die Zellen nochmal aufeinander abgestimmt sind. Wenn ich an einem Flughafen vorbeigehe, wenn ich ein Traumschiff sehe, wenn ich ein Hochhaus sehe, dann frage ich mich selber, Mensch, was waren da für schlaue Köpfe am Werk? Wer hat das erfunden? Welche Menschen, welches Ingenieurwesen steckt dahinter? Aber was ist jetzt mit unserem menschlichen Gehirn? Durch dieses menschliche Gehirn wurden diese Sachen ja irgendwie, also hervorgerufen dann im Nachhinein. Was ist damit? Wer hat das erschaffen? Wer hat das menschliche Gehirn, das diese ganzen Dinge herstellt? Wer hat das erschaffen? Oder die Nieren, die zur selben Zeit hunderte chemische Analysen vornehmen. Wer hat das gemacht? Die Augen, wie Sie sehen, die menschliche Kamera. Wer hat das gemacht? Das heißt, wenn wir wirklich, wie das hier im Koran genannt wird, wirklich unsere Schöpfung betrachten, dann wissen wir, dass dahinter jemand stecken muss. Und wer ist das? Das ist der allmächtige Gott. Und viele Menschen heutzutage leider, die haben den Glauben an Gott, die haben den Glauben an Gott aufgegeben. Und ein Grund davon ist auch, ich werde gleich noch andere Gründe nennen, ist, dass man Gott als Menschen dargestellt hat. Ich will hier keinen beleidigen. Wenn ich denken würde, dass ich jemanden beleidigen würde, dann würde ich das jetzt nicht zeigen. Weil ich habe das nicht gemalt, sonst haben andere gemalt. Wenn ich jemanden beleidigt fühle, dann werde ich es noch nicht mehr zeigen. Aber es geht darum, du sprichst zum Beispiel mit Menschen, du sagst zu ihnen, glaubst du an Gott? Er sagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, es gibt dort irgendeine Kraft. Ja, was ist denn diese Kraft? Diese Kraft ist Gott. Und das Problem ist, viele, die haben den Glauben an Gott aufgegeben, weil sie solche Darstellungen von Gott gesehen haben. Ach so, wie das gemacht worden ist. Hier zum Beispiel drei Gesichter oder hier. Ja, sieht man das? Und da wird gesagt, das ist der Schöpfer von Himmel und Erden, der alles erschaffen hat. Natürlich, ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass sich jemand beleidigt vorkommt, weil ich glaube nicht, dass jemand sagen wird, dass das ein Gott ist jetzt. Ja, sonst hätte ich das nicht gezeigt. Weil, ich frage sie, wer sieht besser aus? Ich höre das Gesicht hier. Ich meine, das ist sicherlich Geschmackssache, ne? Versteht ihr? Und das ist das, warum, weil wir wissen, Gott ist über unsere Vorstellungskraft. Der menschliche, menschliche, natürliche, also was dem Menschen angeboten ist, ist, dass er weiß, dass Gott nicht jemand ist, den man irgendwo einsperren kann oder den ich auf irgend so ein Bild hinsetze und dort darstelle. Und deswegen haben einige Menschen den Glauben an Gott aufgegeben, weil sie halt diese Darstellung gesehen haben. So, wie gesagt, das ist, das ist erstmal die, das ist erstmal die erste Sache und, ähm, da wird zum Beispiel auch gesagt, in, ähm, wenn wir jetzt diese ganze Schöpfung sehen, ich habe gesagt, die ganze Schöpfung, jedes einzelne Schöpf, jede Zelle, ist ein ganz klarer Beweis für einen Schöpfer, wie das Bild ein Beweis für den Maler ist. Das heißt, es gibt einen Gott, und wir müssen nach diesem Gott suchen und ihn zu finden. Und wir fragen uns gleichzeitig, wenn wir dieses Planetensystem sehen, dieses Sonnensystem, wie groß es ist, wie viele Lichtjahre, wir schaffen es noch nicht mal zum nächsten Planeten zu kommen, ja, und alle, alle Planeten laufen ihre Umlaufbahn, kollidieren nicht miteinander, solange es der Allmächtige Gott will. Und dieses Sonnensystem ist eines von vielen Konstellationen in der Müllstraße. Und man sagt, es gibt in dieser Galaxie so viele Müllstraßen in der Galaxie. Und man sagt, diese Galaxie ist eine von Millionen von Galaxien, ja, im ganzen Universum. Das heißt, wer hat das erschaffen? Und was wir uns sofort fragen ist, wie ist das erschaffen worden? Wir fragen uns gleich, wir fragen uns sofort, erst mal, wie ist der Raum entstanden, die Planeten entstanden? Und wie ist das Lebendige entstanden, dass das sich bewegt? Und im Jahre 1973 haben einige Wissenschaftler den Nobelpreis bekommen für die Urknalltheorie. Ja, die Urknalltheorie sagt, dass die Welt aus dem Nichts erschaffen worden ist. Es war ein Punkt mit null Volumen und dann hat sich dieser Punkt ausgedehnt. Und daraus ist das erschaffen. Ist das dann entstanden? Und dann sehen wir zum Beispiel im Koran, da sagt also Gott in Surah Al-Anbiya, die Propheten, das ist die Surah 21, Vers 30, sehen die, die den Glauben verweigern denn nicht, dass die Himmel und die Erde eine einzige dichte Masse waren, und das steht nach heutigem Kenntnisstand, also höchst verdichteter Wasserstoff, also dass das eine Masse war, Himmel und Erde. Also wird bewiesen, wird gesagt, alles war eins, also aus dem Nichts erschaffen, eine Masse waren sie, so dann wird gesagt, die wir spalteten. Da wird zum Beispiel gesagt, mit dem Urknall, der Urknall sagt, danach hat sich dies gespalten, ist auseinandergegangen. Und dann kommt im selben Vers, und dann aus dem Wasser alles Lebendige entstehen ließen, also H2O. Wir wissen, dass lebendig ein Körper, ein Element davon ist H2O. Und jetzt, das ist jetzt zum Beispiel vor 1400 Jahren, und in diesem Jahrhundert haben Leute für diese Erkenntnisse, also Nobelpreise bekommen, die also im Koran stehen, vor 1400 Jahren, in dieser Deute, und man muss sich mal überlegen, hier steht, haben die, die den Glauben verweigern, nicht gesehen? Hat das damals zu der Zeit jemand gesehen? Nee. Aber heutzutage kann man das sehen, kann man das nachprüfen. Das ist nur etwas, was ich auf dieser Stelle mit an den Weg gehen wollte. Dann sagen wir, dann wird gesagt, dass sich also diese, der hieß glaube ich Edwin Hobble, der sagt, dass sich das Universum weiter ausdehnt. Und da steht im Such 51 Vers 47, dass also das Universum sich ausdehnt. Das ist im Koran, das wollte ich nur an dieser Stelle kurz mit reinbringen. So, das ist also das erste, das erste Hindernis. Aber jetzt haben wir, ich finde, wenn einige nicht an Gott geglaubt hätten, ich hoffe, dass wir das Hindernis überwunden haben, dass wir an Gott glauben. Aber jetzt kommt sofort das nächste Hindernis. Wir sagen jetzt, es gibt einen allmächtigen Gott. Wir sagen, es muss doch sein, dass dieser allmächtige Gott uns eine Rechtleitung geschickt hat. Dass dieser allmächtige Gott uns etwas gegeben hat, woher wir wissen, sehen können, ist, also wozu wir leben. Dass er uns eine Antwort gibt. Und wir haben da zum Beispiel, und das ist auch etwas, ich möchte, wie gesagt, keinen damit kritisieren, ich bringe das nur vor, das ist auch etwas, wodurch viele Leute, auch mit denen ich geredet habe, den Glauben also verloren haben. Und da geht es jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel als göttliche Offenbarung hat, die Bibel, ja, beispielsweise. Als allererstes, ich frage, es sind sicherlich einige Christen hier, weil ich kenne das nicht, ist in der Bibel ein expliziter, ein ganz deutlicher Vers, der sagt, warum Gott uns erschaffen hat? Ich weiß es nicht, ich kenne mich eigentlich ganz gut aus mit der Bibel, aber kann sein, dass der da ist, ich weiß es nicht, Sie wissen auch nicht, Alhamdulillah, kein Problem. Aber das Problem ist halt eben, dass man an dieser Botschaft angefangen hat zu zweifeln. Zum Beispiel, ich habe hier Encyclopedia Biblica, Band 4, Seite 4980, wenn einer nachschlagen will. Die überwältigende Mehrheit, da wird über das Neue Testament gesprochen, die überwältigende Mehrheit der anderen Lesearten des Neuen Testamentes waren von Anfang an absichtliche Änderungen. Das Neue Testament stellte in sehr früher Zeit keine kanonische Autorität da und Änderungen und Beiflugen wurden tatsächlich vorgenommen, wenn man sie als Verbesserung ansah. Das steht in Encyclopedia Biblica. Habe ich nicht gesagt, hat Encyclopedia Biblica gesagt. In Encyclopedia Britannica, 12. Ausgabe, Band 3, Seite 643 steht, es ist jedoch Tatsache, dass jedes Buch im Neuen Testament zur Zeit mehr oder weniger Gegenstand von Kontroversen ist und Einführungen werden selbst für diese vier Briefe angenommen. Dann sehen wir beispielsweise im Alten Testament, dass dort steht in Leviticus 11, Vers 6, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Gott hat den Hasen erschaffen, richtig? Klar. Also Gott hat alles erschaffen. Der Schöpfer hat alles erschaffen, außer ihm ist die Schöpfung. Dort steht, der Hase ist ein Wiederkäuer. Wenn wir heute gehen, fragen, was ist ein Wiederkäuer? Ein Wiederkäuer ist jemand, weiß jeder aus dem Biologieunterricht, der isst, dann, als wenn er das erbricht, nochmal in seinen Mund, kaut das nochmal und ist das dann nochmal, wie die Kuh auf der Weide. Das ist im zoologischen, biologischen, also Sinn, ein Wiederkäuer. Jetzt sagt man, ganz klar, man hat den Hasen im Käfig sitzen und sagt, der Hase ist kein Wiederkäuer. Dann sagen wir, ist dieser Vers von Gott? Dann sagt man natürlich, nein, dann kann dieser Vers nicht von Gott sein, weil Gott weiß, ob der Hasen ein Wiederkäuer ist oder nicht. Leviticus 11, Vers 6. Diese ganzen Sachen. Dann zum Beispiel, in Jeremia 36, Vers 30 steht, Joachim wird kein Nachkommen mehr haben, der auf dem Thron Davids sitzt und in 2. Könige 24, 6 steht, dass sein Sohn Joachim danach König wurde. Ja, und diese ganzen Sachen sagen die Leute, okay, ist das von Gott? ist das von Gott. Also das heißt, man hat also in der Bibel Sachen gefunden, die also, die also mit den, also die widersprüchlich zumindest erscheinen oder einige Leute als Widersprüche erkannt haben, einige Leute zugeben oder zum Beispiel in Johannes 19, Vers 14, dort steht, dass Jesus zur 6. Stunde, dass Jesus zur 6. Stunde noch nicht gekreuzigt wurde, aber in Markus 15, 25 steht, er war zur 3. Stunde schon gekreuzigt und andere Sachen diesbezüglich. Das heißt, die Leute haben das Vertrauen an dieser Schrift aufgegeben und dadurch und noch etwas anderes, zum Beispiel, es gibt ja Rund. Was bedeutet Rund? Rund heißt entweder so oder so. Was haben wir dort? Wir haben eine runde Fläche und runde Körper. Runde Fläche ist beispielsweise was? Was ist eine runde Fläche? Kreis. Kreis ist eine runde Fläche, sehr gut. Und ein runder Körper ist eine Kugel, ein Ei und so weiter. Und da steht zum Beispiel in 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 8, ja, dem Herrn gehören die Pfeiler, das ist zumindest in der katholischen Bibel so, ich weiß nicht genau, wie das in der anderen Übersetzung ist, ja, der Herr, gehören die Pfeiler der Erde, auf sie, die Pfeiler der Erde, hat er den Erdkreis gegründet. Wir haben gesagt, Erde, ein Kreis ist eine Fläche. Okay, und im Koran steht, in Suratul Nasiat, und die Erde haben wir danach gemacht, wie ein Dahiya, und ein Dahiya, das ist ein Ei, das ist ein Ei von einem Strauß, oder? Ein Straußenei, ja? Also wie ein Ei von einem bestimmten Vogel. Also wenn der Koran gesagt hat, die Erde ist rund, dann hätten wir gesagt, okay, rund kann auch eine Fläche sein. Hätte der Koran gesagt, die Erde ist eine Kugel, hätten wir gesagt, ja, ist ungefähr eine Kugel. Aber der Koran sagt, die Erde ist wie ein Ei, so ähnlich wie heute. Also es ist genauer, dass das eher wie ein Ei ist, die Erde. Sollte ich nur dazu gesagt haben. Also dadurch haben also Leute, durch diese Sachen, die sie in der Bibel entdeckt haben, den Glauben daran aufgegeben, ja? Oder nicht aufgegeben, es ist vielmehr zu drei verschiedenen Sachen gekommen. Drei verschiedene Kategorien haben sich die Menschen geteilt. Die erste Kategorie, die hat diese Sachen einfach ignoriert. Wie zum Beispiel Zeugen Jehovas, die sagen, nee, Hase ist ein Wiederkäuer. Ja, die sagen, Hase ist ein Wiederkäuer, obwohl der Hase kein Wiederkäuer ist. Ja? Und dann wird gesagt, der Hase ist ein Wiederkäuer, weil der ist ja seinen eigenen Kot. Ja? Aber das ist nicht die Bedeutung von Wiederkäuer, sondern die Bedeutung von Wiederkäuer ist ganz klar, jemand, der das wieder hochbringt. Und außerdem, wenn Sie das sagen würden, ist ein Schwein ein eigener Kot? Schwein ist ein eigener Kot, oder? Hat man oft gesehen. So, Schwein ist ein eigener Kot. Und in Leviticus 11, Vers 7, nicht 11, Vers 6 steht, das Schwein aber dürft ihr nicht essen, denn es hat durchgespaltene Zehen, ist aber kein Wiederkäuer. Das nur dazu, also da wäre Schwein ja auch ein Wiederkäuer. Also entweder passt das so nicht oder so nicht. Das nur dazu. Also manche Leute haben einfach gesagt, egal, wir ignorieren das, durch die Mitte durch, das ist so, und wir glauben daran, das war's. Aber wir müssen immer, also unseren Verstand, rationalen Verstand einschalten, und nicht einfach blind folgen, sondern erst gucken, ist das wirklich alles 100% von Gott und 100% richtig. Die zweite Kategorie, und das ist, wo die meisten Menschen hingekommen sind, dass man gesagt hat, okay, die Bibel, das ist ein Buch, wo wir viele Werte rausgewinnen können, die Bibel ist ein Buch, das uns vielen großen Nutzen bringt, wo viel erzählt wird über Prophetengeschichten, wo uns über Gott erzählt wird. Das heißt, wir nehmen das, was davon gut ist, und alles andere, das probieren wir umzuinterpretieren. Aber, das ist alles sehr gut, und wir als Muslime sagen ganz klar, dass die Bibel ein sicherlich hervorragendes Buch ist, wo viele gute Sachen drinstehen. Aber wir sagen, der Mensch braucht eine klare Rechtseilung. Warum? Weil ansonsten wird es dazu kommen, dass er sein eigenes Gewissen zum Gott nimmt. sein eigenes gutes Gewissen zum Maßstab nimmt. Und das führt in die Irre. Da sieht man zum Beispiel, dass es ganz klar in der Bibel verboten ist, dass man geschlechtlichen Verkehr vor der Ehe hat. Aber heutzutage sagen die meisten, ja, okay, früher gab es keine Kondome und so weiter, ist kein Problem. Ja, aber es ist ganz klar definiert, es steht ganz klar. Ja, oder auch viele andere Verbote. Das heißt, dann fängt man an, das gute Gewissen mitspielen zu lassen, und dann kann man ja mal versuchen, den Kannibalen klarzumachen, dass es nicht gut ist, einen anderen Menschen aufzuessen. Und ich würde sagen, das ist doch kein Problem. Oder man muss jemanden klarmachen, zum Beispiel in Schweden ist es erlaubt, in Deutschland ist es ja verboten, dass eine Mutter Verkehr hat mit ihrem Sohn oder eine Tochter mit ihrem Vater. Es ist erlaubt. Ja, also hier ist das verboten. Das heißt, aber versucht doch mal diesen Menschen klarzumachen, der das jetzt praktiziert, dass das schlecht ist. Dann sagt er ja, nein, also die Mutter ist einverstanden, der Sohn ist einverstanden, was ist das Problem? Aber natürlich uns mit unserem natürlichen Veranlagung für die Wahrheit sagen wir, das ist abartig, so was. Ja, das ist ekelhaft. Oder der Bruder mit der Schwester auch erlaubt. Ja, das heißt also, wir brauchen einen klaren Maßstab. Die dritte Kategorie ist, wir haben gesagt, die ersten, die sind durch die Mitte durch, die zweiten, die haben alles umgeändert, wie sie es haben wollten dann. Alles okay, wenn mir was nicht passt. Ich habe zum Beispiel jetzt mit Leuten geredet, in der Bibel steht ganz klar Hölle. Matthäus 10, Vers 28, ihr sollt keine Angst haben vor demjenigen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern ihr sollt Furcht haben, also laut Jesus, ja, ihr sollt Furcht haben vor demjenigen, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle stürzen kann. Hölle. Matthäus 5, Vers 27, es steht geschrieben, ihr sollt keinen Ehebruch begehen, ich aber sage euch, wer eine Frau nur mit begierlichem Blick ansieht, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen, deshalb, wenn euch eure Augen zum Abfall verführt, reißt euer rechtes Auge raus und schmeißt es vor eure Füße, denn es ist besser, dass ein Glied von euch vergeht, als dass er mit Haut und Haaren in die Hölle geschmissen wird. Also er soll keine Frau angucken, ja, mit diesem Blick, das könnte ihn verführen. Deswegen ist der Hijab, die islamische Kleiderordnung auch sehr sinnvoll, damit der Mann, also laut Bibel, damit der Mann also nicht die, nicht die Frau begierlich anschaut. Weil es steht ja hier in der Bibel, du sollst die Frau nicht mit begierlichem Blick anschauen. Und er schaut ja eher eine Frau mit begierlichem Blick an, die eine Mode hat, Ausschnitt bis zum Knie und Saum bis zum Kinn. Als eine Frau, die sich also hüt, züchtig gekleidet hat. So, das ist jetzt, das ist jetzt die erste Sache. So, jetzt gehen wir über zum Koran. Wir sagen, Gott hat uns eine Botschaft gesendet. Ich habe eben gefragt, was ist, warum hat Gott, hat Gott die Menschen erschaffen? Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Im Koran haben wir direkt die Antwort, ganz schnell. Wo kommst du her, wo gehst du hin? Sagt Allah in einem Ayat, inna lilai wa inna lilai raji'un. Ihr kommt von Allah zu ihm, kehrt ihr zurück. Und was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, Suche 51, Vers 56, ich bin mir nicht ganz sicher, oder 57, auf jeden Fall Suche 51. Und ich habe die Menschen, die Jinn nicht erschaffen, außer dass sie mir dienen. Dass wir dienen, also bisher schaffen wir ihm zu dienen. Jetzt denke ich natürlich jemand, zu dienen. Ja, warum zu dienen? Wen dienen? Weshalb dienen? Was ist der Sinn davon? Da werden wir jetzt zu kommen, inshallah, Step by Step. Wir müssen was trinken. So. Als allererstes, wen sollen wir dienen? Wir sollen den Allmächtigen Gott alleine dienen. Den Allmächtigen Gott. Wer ist der Allmächtige Gott? Ist der Allmächtige Gott irgendeine Figur oder irgendein Mensch oder irgendein Baum oder irgendein Stein? Nein, der Allmächtige Gott ist über unsere Vorstellungskraft. Allah sagt im Koran über sich selber, vier Verse, erklärt er, wer Gott ist. Wer er ist. Er sagt, Er sagt, sprich Mohammed zu Menschen, er, Allah ist ein Einzelner. Allah, der ewig Unabhängige, Samad, von dem alles Abhängiges. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Und niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, alles, was wir uns unter Gott vorstellen, ist nicht Gott. Sondern alles, was wir uns unter Gott vorstellen, das ist irgendein Bild, ja, was wir uns im Kopf vorstellen. Irgendein Bild, was wir uns im Kopf vorstellen. Also wir glauben an Gott. Ich wollte nochmal kurz, weil ich habe was vergessen, warum viele Leute noch sagen, dass sie nicht an Gott glauben. Da kommen drei, wir haben gesagt, jede Schöpfung ist ein Argument für den Schöpfer, ja, aber es gibt dann drei Argumente. Erstmal sage ich, es gibt keinen Menschen, der nicht an Gott glaubt, sondern es gibt Menschen, die zweifeln an der Existenz Gottes. Weil spätestens, wenn das Flugzeug im Sturzflug ist, fängt plötzlich jeder an zu beten, Gott, wenn es dich gibt, mein Vater liegt im Schirm, wenn es dich gibt, Gott, hilf mir doch. Wenn es dich, also ich kann, das ist bei jedem so. Also der weiß schon im Endeffekt, dass es Gott gibt, aber der hat Zweifel. Was sind seine Zweifel? Der erste Zweifel ist, der sagt, ich habe Gott noch nicht gesehen. Aber der hat viele Sachen nicht gesehen, an die der glaubt. Zum Beispiel den Verstand, okay, man kann Strom, ja, weil du siehst den Strom ja nicht, du siehst nur das Ergebnis vom Strom, das Licht, was rauskommt, durch die Birne, aber den Strom selber siehst du nicht. Ja, also wir glauben an viele Dinge, oder die Liebe, du siehst ja Liebe nicht, sondern du siehst Liebe, das Ergebnis, was dabei rauskommt dann. Ja, oder Verstand. Den Verstand selber kannst du ja nicht sehen, sondern siehst das Ergebnis, was dabei rauskommt, wenn das Verstand da ist. Aber, und du siehst den Schöpfer nicht, aber du siehst ja, was dabei rausgekommen ist. Also, die Schöpfung. So, und das ist eine ganz klare Sache, das, was ich schon kurz gesagt habe, also das ist der Allmächtige Gott. Und wenn uns jemand ankommt, wir haben gesagt, vier Kriterien. Einzigartig, von ihm ist alles abhängig, er ist von allem unabhängig, er hat nicht gezeugt, wurde nicht gezeugt, aber nichts ist ihm gleich. Jetzt können wir alle Leute, alle Kandidaten, die Allmächtige Gott sein sollen, können wir herbringen. Können wir vergleichen, an diesem Maßstab vergleichen. Okay, als allererstes einzigartig. Ich nehme jetzt mal, Osu, Bhagwan, hat man bestimmt schon mal gehört, Bhagwan, Radnish, ich habe den Namen leider vergessen. Es gibt einige Leute in Indien, in Puna, in seinem Zentrum, gesagt haben, das ist der Allmächtige Gott. Das ist also wieder Gott. In dem Sinne ist der Gott gewesen. Dann sagen wir, okay, Ahad, einzigartig. Dann sagst du, das ist doch nicht einzigartig. Ich bin Mensch, der ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Das ist Ahad, Einzel. Okay, dann sagt der Anhänger, nein, nein, der ist einzigartig. Okay, wir nehmen das hin, er ist einzigartig. Okay, kein Problem. Haben wir hingenommen. Allah Hussamad, er ist völlig unabhängig, von ihm ist alles abhängig. Bin ich von ihm abhängig? Nee. Okay, ist er völlig unabhängig? Dieser Radnish, oder ich weiß nicht, ob es richtig ausmacht, Oshu, Bagwa, der hatte Asthma gehabt, der hatte Diabetes gehabt, der hatte Rückenschmerzen gehabt, der ist in Amerika eingesperrt worden und in 21 Ländern der Welt hat er keine Visa bekommen, um reinzugehen. Kriegt der Allmächtige Gott, der die Welt erschaffen hat, kein Visa, um ins Land reinzukommen? Wird er verhaftet? Ich frage nur. Ich mache euch gar nicht lustig darüber, ich frage nur. Ja? Nein. Jeder Mensch sagt von sich selber, nein, kann nicht sein, das ist nicht Gott. Okay, egal, wir gehen weiter. Wir haben schon gesehen, das trifft schon mal nicht zu. Zweiter Punkt, Len Yelit, William Yulit. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Weil Zeugen und Schöpfen ist etwas anderes. Was sehen wir bei ihm? Er hat Vater und Mutter. Er ist geboren im Jahre, ich glaube 1937 oder 1931, am Datum, 1. Dezember oder irgendwas, ich habe das Datum jetzt vergessen. Ja? Und gestorben, irgendwann in den 90er Jahren. Ja? Also du hast ein Datum, wo er geboren ist, ein Datum, wo er gestorben ist. Er hat nicht gezeugt, wurde nicht gezeugt, er hatte Kinder gehabt. Und du siehst in den meisten Sachen, wenn irgendwelche in der griechischen, also jetzt zum Beispiel die griechischen Götter, die haben meistens immer Gott, Söhne und so weiter. Halb Gott, halb Sohn, wie zum Beispiel Herkules, ja? Und so weiter. Also das ist, der ist schon mal aus islamischem Sinne bestrichen. Dann kommt als nächstes und er ist völlig, und nichts ist ihm gleich. Also er ist völlig anders als die anderen. Da sagen wir, da sagen wir, guck, der hat lange Haare gehabt und so. Hat Gott lange Haare? Hau dir bitte. Gott ist über unserer Vorstellungskraft. Wenn sich Gott mit menschlichen Eigenschaften beschreibt, ja er sieht, er hört, dann müssen wir wissen, dass diese Sachen immer trotzdem über unserer Vorstellungskraft sind. Aber auf diese Art und Weise verstehen wir das, ja? Einigermaßen. Aber Gott, der Allmächtige Gott ist über unserer Vorstellungskraft. Eine, eine, also unvorstellbar. Das wollte ich nur dazu gesagt haben. Mit dieser Sache, mit diesen Sachen, vier Sachen, ich wette, jeder kann damit umgehen, dass derjenige, dieses Universum erschaffen hat, dass der einzigartig ist, dass der von ihm alles abhängig ist und er ewig unabhängig ist. Weil wenn er von etwas abhängig ist, hätte er es nicht erschaffen können. Dass er allwissend ist. Weil wenn er uns Wissen gegeben hat, dann muss derjenige, der das Wissen hat, noch erst recht allwissend sein. Damit kann jeder umgehen. Dass er nicht gezeugt hat und wurde nicht gezeugt und dass ihm nichts gleich ist. So diese ganzen Sachen, die sind einfach, die sind einfach klar. Also diesen, und wenn man das weiß, muss man diesen Gott nicht anbeten. Das frage ich. Ich habe eben gesagt, Gott sagt in Suche 51, Vers 56, Ich habe die Menschen, die Jinnu erschaffen, damit sie mit ihnen. Ist es nicht wert, dass man ihn anbetet, dass man ihn verehrt? Wenn ich einem 100 Euro gebe, der würde bestimmt Danke sagen, oder? Wurde es Danke sagen? Natürlich. Du bist ein dankbarer Mensch. Meine Millionen sind gar nicht für sie gekündigt. Nein, nein, das darfst du nicht machen. So. Was ist, wer hat uns unsere Augen gegeben? Wer hat uns unsere Gesundheit gegeben? Erstmal. Haben wir Gott schon dafür gedankt? Und aus Weisheit her gibt es Leute, die nichts sehen. Das müsst ihr dich daran erinnern, dass du Gott danken musst für deine Gesundheit. Also sehen wir, dass wir Gott danken müssen. Und die danken müssen, die müssen. Und dies ist übrigens die Botschaft, die Botschaft von allen Propheten. Denn wir Muslime sagen nicht, also aus islamischer Sicht, natürlich soll jeder jetzt, wir können keines im Glauben zwingen oder so, ich bringe einfach die muslimische Position rüber. Wir Muslime glauben nicht, dass Islam eine neue Religion ist, sondern wir glauben, dass Islam die Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten, unverfälschten Form ist. Wir haben eben gesagt, die Bibel, wir haben gesagt, die Bibel ist verfälscht worden. Laut Aussagen von Christen sind Menschenworte mit reingekommen. Nicht meine Aussagen. Und Allah sagt das im Koran. Er sagt in Suche 2, Vers 79, Und wer diejenigen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dies ist vom Allmächtigen Gott, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Also wir glauben, dass die Ursprung der Bibel original ist, aber wir glauben, dass verfälscht worden ist, was auch die moderne Bibelkritik sagt, was der Koran schon vor 1500 Jahren gesagt hat. Und wir glauben, dass das letzte Buch, was Allah uns besandt hat, der Koran, unverfälscht bleibt bis zum jüngsten Tag, weil wir haben gesagt, der Mensch braucht eine Rechtleitung. Und Allah sagt in Suche 15, Vers 9, Der sagt, wir haben die Ermahnung, diesen Koran herabgesandt, und wir werden ihn schützen bis zum jüngsten Tag. Wenn Sie nach Hause gehen und Sie schauen sich an, was die Orientalisten sagen, die anerkannten Orientalisten wie Rudi Paret und so weiter, und viele andere, sie sagen, dass der Koran von heute immer noch derselbe Koran ist wie vor 1400 Jahren. Wort für Wort. Wir haben heute die ältesten Manuskripte der Bibel sind aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Die ältesten Manuskripte vom Koran sind ungefähr aus dem Jahre 15 nach dem Leben von Mohammed und der Koran ist sprachlich und mündlich weitergegeben worden. Und wir haben zwei dieser Exemplare, ja, gibt es einen in Tashkent und einen in Istanbul im Museum und die sind noch genauso wie heute der Koran ist und es hat sich nicht daran verändert. Also weil Gott diese Botschaft schützt. Weil wenn nur ein Vers verändert wird, dann kann man sagen, ja okay, ein Vers ist verändert. Wenn ich jetzt sagen würde, in diesem Buch, ja, es wäre ein Buch verändert. Ja, welcher ist denn, der verändert worden ist? Das gibt mir die Möglichkeit, dass ich alles nach gut düngen kann und nach meinen Gelüsten umende. Ja, okay, man muss fünfmal am Tag beten, ja nein, dann verstehe ich das anders. Man muss Kopftuch tragen, steht in Suche 24, Vers 31, oder in Suche 33, Vers 53, oder in Suche 33, Vers 59, steht also Jilbeb und Hijab, was also für Kopftuch steht. Dann sagt er, nein, ich verstehe das anders. Kann man anders verstehen. Heute leben wir im Jahr 1000, 2000. Aber da frage ich, an dieser Stelle wollte ich fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Frau, soll man sich selber fragen, die vor 1400 Jahren ein Kopftuch getragen hat, wenn jemand sagt, ja, früher war das, weißt du heute nicht und eine Frau, die heute Kopftuch trägt. Hat sich der Kopf verändert, die Haare verändert, Ohren verändert, Gesicht verändert, ist irgendwas anders geworden? Ist die Frau heute nicht mehr attraktiv genug, oder wie? Ich glaube doch. Inschallah. So, und diese Botschaft, habe ich wie gesagt, ist die Botschaft von allen Propheten. Alle Propheten, ob Moses, Jesus, Jakob, kamen vom selben Allmächtigen Gott mit derselben Botschaft und die sagten im Prinzip, eins, dient dem Allmächtigen Gott, macht gute Tate und ihr werdet mit einem zweiten Leben belohnt. Ein Leben im Paradies. Alle Propheten, zum Beispiel, wir haben das zum Beispiel in Exodus 20, Vers 2, das ist das erste Gebot, das erste Gebot bei Moses, ja, da steht, ich bin der Herr, euer Gott, der euch herausgeführt hat aus Israel, aus Israel, aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Ihr sollt euch keine Götter neben mir nehmen. Was heißt Gott? Gott bedeutet in der Sprache etwas, was angebetet wird. Kann zum Beispiel jemand das Mikrofon anbeten, dann wird das Mikrofon sein Gott, aber ein falscher Gott. Macht euch keine Götter neben mir. Ihr sollt euch kein Bildnis von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unter dem Wasser machen. Hier kein Bildnis, ja. Haben wir eben darüber geredet, ja. Ihr sollt euch kein Bildnis machen, ihr sollt sie nicht ehren und ihr sollt ihnen nicht dienen. Subhanallah. Da habe ich gestern nochmal nachgeguckt in einer Übersetzung. Denn ich bin der Herr, euer Gott und ich befehle vollkommene Ergebenheit. Wer kann Arabisch? Was heißt vollkommene Ergebenheit auf Arabisch? Islam. Vollkommene Ergebenheit auf Arabisch heißt Islam. Das heißt, ich fordere Islam. Heißt das hier. Im ersten Gebot bei Moses. Subhanallah. Denn was heißt Islam? Man soll mal nicht denken an irgendwie Bart oder schöne Mütze oder vielleicht gefällt es einem auch nicht oder so, ja. oder Ägypten, Saudi-Arabien und so weiter. Man muss daran denken, dass Islam bedeutet, sich dem Allmächsten Gott hinzugeben, sich ihm zu ergeben, so wie es dort auch steht. Dann steht beispielsweise auch, zum Beispiel Jesus wird gefragt, laut Bibel, wenn das korrekt ist. Das Erste ist, also Jesus sagt, das Erste ist, laut Bibel, Höro Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Subhanallah. Und das ist halt eben das, was der Koran immer wieder bespricht. Der Koran sagt ganz klar, dass man Gott alleine dienen soll. Niemand anderen. Wir sind keine Mohammedaner. Ein Mohammedaner ist jemand, der Mohammed anbetet. Und wenn ein Muslim Mohammed anbetet, dann ist er kein Muslim, sondern ist er aus der Religion ausgeschieden. Weil der Islam sagt ganz klar, dass kein Geschöpf, keiner, der ein Geburtsdatum hat, darf angebetet werden. Oder der irgendwann stand. Es ist nur der allmächste Gott, der ewig, der Einzige, der kein Anfang, kein Ende hat, der darf angebetet werden. Er hat das Recht, angebetet zu werden. Und, das ist erstmal die Sache, welchen Nutzen haben wir dann davon? Jetzt könnte jemand sagen, ja warum sollen wir Gott anbeten? Ja warum? Hat er das nötig? Nein, hat er nicht nötig. Wir haben das nötig. Warum? Weil wir sind mit dieser Natur erschaffen worden. und jemand, der den allmächsten Gott dient, der wird die innere Zufriedenheit finden. Das ist erstmal der erste Nutzen. Ich sage zu Ihnen, man soll sich fragen, was macht das Auge? Wenn ich jemanden frage, was macht dein Auge glücklich? Dann sagt er, man schaut sich eine schöne Landschaft an. Was macht deine Ohren glücklich? Ich sage, ich höre mir eine schöne Koranrezipulation an, beispielsweise. Was macht deinen Mund glücklich? Ich sage, ich esse etwas Leckeres. Einen Döner oder so. Frage ich ihn, was macht deine Nase glücklich? Ich sage, ich rieche etwas Leckeres, einen schönen Duft, Misk oder so, ja? Schönen Misk, sehr lecker. Frage ich ihn, was macht deine Nase glücklich? Ich sage, ich gucke mir eine schöne Landschaft an. Und ich sage, was macht dein Ohren glücklich? Ich sage, ich esse ein leckeres, leckere Döner oder so. Sondern, immer eine spezielle Sache für das spezielle Organ. Aber was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist das Herz. Und was haben wir für das Herz? Was ist das, was das Herz, dem Herz Ruhe gibt? Was dem Herz Geborgenheit gibt? Das ist As-Salah. Was heißt As-Salah? As-Salah ist das Gebet. Und was heißt As-Salah noch? Heißt die Verbindung. Das heißt, dieses Gebet ist die Verbindung mit deinem Herz und mit dem Allmächlichen Gott. Und das ist etwas, was die Menschen glücklich macht. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, den Allmächlichen Gott, dich dem Allmächlichen Gott zuzuwenden, mit seinen Taten, ihn anzubeten und er wird Glück finden in seinem Leben. Das ist erstmal die erste Sache. So, wie jetzt die Frage, wie dienen wir Gott? Da gibt es erstmal, dient man ihm einmal das, was er vorgeschrieben hat, dass man diese Sachen erfüllt. Wenn man sie nicht erfüllt, macht man damit eine Sünde. Dann dient man ihm mit freiwilligen Taten, die man machen kann, die nicht vorgeschrieben sind. Das heißt, wenn man sie macht, hat man eine gute Tat gemacht. Wenn man sie nicht macht, hat man keine Sünde gemacht. Und dann dient man ihm, indem man die Gebote und Verbote einhält. Und jetzt, ich habe schon gesagt, viele Fragen, warum kein Schweinefleisch, warum Islam das, warum ist im Islam das Kopftuchpflicht und so weiter, ja? Ich beantworte alle Fragen auf einmal. Okay? Ich beantworte alle auf einmal. Wir Muslime glauben, dass alles, was der Allmächtliche Gott uns verordnet hat, uns vorgeschrieben hat oder uns verboten hat, also erstmal das, was er uns verordnet hat, als Pflicht, dass es gut ist, wenn wir diese Pflicht erfüllen, dass es einen Nutzen für uns haben wird. Und weil wir sagen, Allah sagt im Koran, وَعَلَى اللَّهِ فَتَّوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمُؤْمِنِينَ Und auf Gott, den Allmächtigen Gott vertraut, wenn ihr Gläubige seid. Und alles, was er uns verboten hat, wir glauben, dass es einen Schaden für uns hat, wenn wir diese Sache machen. Das heißt, zum Beispiel, jemand wird sagen, bei vielen Sachen erkenne ich das nicht. Wo schadet das mir, wenn ich beispielsweise irgendetwas mache? Wo schadet mir das? Wir sagen, es gibt einen Schaden, ob du den erkennst oder nicht. Bei einigen Sachen erkennst du das sofort. Wenn ich beispielsweise sage, Drogen sind verboten, dann wird jeder sagen, ja, ist logisch, dass Drogen verboten sind. Drogen haben einen großen Schaden für die Menschen. Oder Alkohol. Dann wird sagen, das ist logisch. War ja auch früher in Amerika verboten. Zum Beispiel Alkohol. Wurde dann nachher Zweckswirtschaften, so wurde es dann erlaubt. Heutzutage ist Alkoholismus eine Krankheit heutzutage. Alkoholismus wird als Krankheit angesehen und anerkannt. Und Alkoholismus ist die einzige Krankheit, die für die Werbung gemacht wird. Das ist die einzige Krankheit, für die Werbung gemacht wird. Komm, wer der Alkoholiker in der Werbung will mal gut hingessen. Es wird natürlich jetzt jemand sagen, ja, warte mal. Ich trinke doch nur ein bisschen. Ich halte mich doch unter Kontrolle. Jeden Tag ein Glas Wein, das macht doch nichts. Ich trinke mir ein Glienglas ein, ich schenke mir jeden Nacht, jeden Abend ein Glas Wein ein, das macht nichts. Aber das Problem ist, jeder von den mindestens drei Millionen Alkoholikern, die in Deutschland rumlaufen, der hat alle am Anfang gesagt, ja, ich traue mich unter Kontrolle. Und jeder Jugendliche, von denen es zu führen gibt, die an den Baum landen, nach der Disco, wo sie Alkohol getrunken haben, hat jeder gesagt, ich traue mich unter Kontrolle, ich trinke nur ein bisschen, ich trinke mich zu, ich weiß schon, wie ich Auto fahre. Das heißt, was macht der Islam? Allah weiß, was ist schädlich für dich. Er weiß, der Schaden von diesem Besöff wird größer sein, ist größer als der Nutzen, den es vielleicht hat, dass du dich gut fühlst oder so. Wie viele Schlägereien passieren im Sinne von Alkohol? Wie viele Leute, die Ehen gehen auseinander durch Alkohol? Das heißt, wie viel Schaden hat das? Das heißt, was macht der Islam mit dieser Sache? Er nimmt die Wurzel dieser Sache raus, wenn man Islam befolgt. Er sagt nicht nur, trink nicht viel, er sagt, halte dich davon fern, weil wenn du da rangehst, der Allmächte Gott kennt den Menschen besser, als wir uns selber kennen, er weiß, dass man dann die Gefahr geht, da reinzulaufen. Das ist der Nutzen, der hat. Und bei anderen Sachen erkennen wir vielleicht den Nutzen nicht so schnell. Schweinefleisch. Warum ist Schweinefleisch verboten? Ja, dann sagt man ja, okay, in der Bibel steht auch Schweinefleisch ist verboten. Wie gesagt, in Levitikus, das ist das dritte Buch Moses, Kapitel 11, Vers 7, ihr sollt ihr Aß nicht berühren, in Vers 8, ihr sollt ihr Aß nicht berühren und ihr Fleisch nicht essen. Ja, dann sagt er ja, früher gab es keine Kühlschränke. Ja, aber das steht gar nicht in der Bibel, dass es früher keine Kühlschränke gab. In der Bibel steht, ihr dürft das nicht essen, weil die Spalten durchgespalten, weil die Zehen durchgespalten sind, die sind heute auch noch durchgespalten. Im Koran steht nur, verboten ist euch das, vollendete das Blut und das Schweinefleisch. Warum? Steht keine Begründung. Geht man heute zu einem Ernährungsberater, ich war früher Leistungssportler, zu einem Ernährungsberater, der wird sagen, oder zu einem, der einen Trainingsplan erstellt, einen Speiseplan von Sportlern, der sagt, du sollst kein Schweinefleisch essen, weil das ist sehr cholesterinreich, sehr fettig und ist der Struktur des menschlichen Fleisches am ähnlichsten, deshalb wird es sofort in die Fettzellen umgesetzt. Das wird er einem sagen, es gibt 70 Krankheiten, die auf Schweinefleisch zurückzuführen sind, Bannformat und so weiter, aber okay, kein Problem. Selbst wenn wir das nicht sehen würden oder andere Sachen, wo wir das vielleicht nicht so sehen, so offensichtlich mit dem Alkohol, wir sagen, der allmächliche Gott weiß, dass da was drin ist und du weißt es vielleicht nicht, aber vertraue auf den allmächlichen Gott und es wird gut für dich sein. Du wirst einen Nutzen hier haben, weil ich gesagt habe, da ist irgendein Schaden, aber der größte Nutzen, den du hast, ist, dass du Allah gehörst, weil Allah sagt im Koran, das ist in Suche 18, glaube ich, wer Allah und dem Gesandten gehorcht hat, einen gewaltigen Gewinner langt. Und der gewaltigste Gewinn, der ist nicht hier, sondern der gewaltigste Gewinn, der ist, dass man ins Paradies kommt. Jetzt, wie kann man das noch erklären, andere Sachen, wie gesagt, ihr habt bestimmt schon viel gefragt, warum ist das verboten, warum müsst ihr Ramadan machen und so weiter, ja. Ich habe schon gesagt, alles ist gut für uns, alles schlecht für uns, wir vertrauen auf Gott und ich gebe noch ein Beispiel, wenn ich beispielsweise mit einem Kind zum Arzt gehe, das Kind muss den Brustkorb aufgeschnitten bekommen. Ist doch schlecht, dass der Brustkorb aufgeschnitten wird, oder? Wenn das dem Kind vorerzählt, das Kind will das nicht haben, aber du wirst es dann irgendwie beim Einschlafen die Vollnarkose geben, das Kind will nicht diesen Brustschnitt haben, aber warum nicht, weil das Kind sieht keinen Nutzen darin, dass man ihm den Brustkorb aufschneidet. Aber wir, der Arzt weiß, dass das Kind einen Herzfehler hat und dass dieser Schnitt in dem Brustkasten für das Kind gut ist. Warum? Weil der Arzt weiser ist als das Kind und der Allmächtige Gott ist unendlich weiser als wir und er weiß beispielsweise, was in einem Verbot für einen Nutzen steckt, wenn wir uns davon fernhalten und was in einem Gebot für einen Nutzen steckt, wenn wir uns daran halten. Wenn du mit einem kleinen Kind zum Arzt gehst und soll eine Spritze bekommen, eine Impfung, will das Kind die Spritze? Nein. Wird schreien? Nein, keine Spritze. Aber wir als Erwachsene wissen, dass die Spritze einen Nutzen hat. Das Kind sieht keinen Nutzen und das Kind wird die Spritze bekommen und die Spritze, diese Impfung wird gut für das Kind sein. Warum? Wir sind weiser als das Kind und der Allmächtige Gott ist unendlich weiser als wir. Also zusammengefasst, alle Verbote und Gebote sind gut für uns. Wir vertrauen auf Allah, ob wir erkennen, dass es gut für uns ist oder nicht. Das so dazu, so gibt man Gott mit den Verboten und Geboten. dann habe ich schon gesagt, hat der Allmächtige Gott das nötig? Ich habe gesagt, wir haben es nötig. Der Allmächtige Gott hat es gar nicht nötig. Allah sagt in einem heiligen Hadith, oh meine Diener, also die Menschen und so, wenn der Erste von euch und der Letzte von euch, die Menschen und die Djinn, die Geisterwesen, alle das Gottesfürchte, das frommste Herz von dem frommsten von euch hätten, das würde in meiner Macht nichts hinzufügen. Und er sagt weiter, oh ihr Menschen, oh meine Diener, wenn der Erste von euch und der Letzte von euch, also das würde meiner Macht nichts hinzufügen, wenn ihr alle so gut seid wie der beste einzelne Mensch von euch und wenn ihr alle der Schlechtesten seid, der Erste und der Letzte, ihr seid alle so schlecht wie der Schlechteste Mensch, nicht beten, nicht worden, das würde meiner Macht, würde das nichts abziehen. Das würde von meiner Macht nichts wegnehmen. Das heißt, Gott braucht den Dienst, nicht wir brauchen den Dienst. Weil dieser Gottesdienst ist etwas, wo wir erst mal uns selber wohlfühlen und selbst, wenn wir jetzt die unglücklichsten Menschen wären, worauf kommt es an? Es kommt auf den Endeffekt an. Wenn jemand zu mir sagen würde, ja wenn du Islam praktizierst, dann bist du voll unglücklich, dann würde ich sagen, kein Problem. Von mir aus, ich will ja nicht hier, ich will ja das jenseitige Leben, denn wir wollen das jenseitige Leben, das Paradies und der Prophet Sassim gibt das Beispiel, er sagt, dass das jenseitige Leben gegen das diesseitige Leben so ist, als wenn man in den Ozean den Finger steckt und das was man am Finger hat, das ist also das jenseitige Leben und der Rest ist das jenseitige Leben. Das heißt, wir wollen das jenseitige Leben, das Paradies wollen wir haben. Und ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel aus der Zeitung wieder, Fickle Walker, hier aus der Beispiel wieder, hier, ja, darum brachte er seine Oma um. Hier ist zum Beispiel jemand, ich wette, wenn ich ihn gefragt hätte, hätte ich ihn gefragt, hör mal, als Muslim, man werde doch Muslim, da betest du fünfmal am Tag und dann machst du dies und das, da hätte ich ihm gesagt, wie die Muslim werden, da darf ich das nicht, das nicht, das nicht, muss ich das machen, da habe ich gar keine Lust zu. Da ist es mir zu anstrengend, da ist man noch total unglücklich. Was ist, er hat jetzt wegen Drogen, weil er Geld haben wollte von seiner Oma, hat er seine Oma umgebracht und hat sich selber umgebracht. Und so sieht man viele Leute, die sagen, wenn du Muslim bist, bist du unglücklich und selber, siehst du, sind die Menschen, die bei ihrer Krankenkasse, die Depressionsmittelchen bezahlt bekommen, die sie nehmen, damit sie keine Depressionen haben. Das sieht man sehr oft. Das heißt aber, selbst wenn ich jetzt der unglücklichste Mensch bin, kein Problem. Ich habe die Ewigkeit. Ich habe die Ewigkeit. Und damit erkennt man auch schon andere Sachen, das, was ich eben gesagt habe. Weil einige Leute, die sagen, ich habe Gott nicht gesehen, ich habe gesagt, ja klar, Gott wirst du auch in diesem Sitz nicht sehen. Andere sagen, ja warum gibt, wenn es Gott gibt, warum bin ich kein Millionär? Ja, ich sage dir warum, Gott wollte nicht, dass du Millionär bist. Der andere sagt, warum passieren so viele Ungerechtigkeiten? Ich sage dir, jeder Mensch, der hier Ungerechtigkeiten bekommt, Allah kann in der Ewigkeit für alle Ungerechtigkeiten, die er hatte, entschädigen und er wird sich nicht mehr daran erinnern, was er hier gehabt hat. Und jeder Mensch, der hier ein Turan war und der die Menschen schlecht behandelt hat und vielleicht reich gewesen ist, alles gehabt hat, Gott hat die Möglichkeit, ihn ewig zu bestrafen für diese Sache und ihm alles wiederzugeben. Denn Allah sagt im Koran in Surah 36, Vers 54 Und heute, das heißt jüngster Tag, wenn die Menschen versammelt werden, wird keiner Seele Unrecht geschehen und jeder wird nur nach dem vergolten werden, was er getan hat. Das heißt, diese ganzen Sachen, warum bin ich kein Millionär, warum passieren jetzt Ungerechtigkeiten, ist kein Beweis, dass es keinen Gott gibt, das ist nur ein Beweis, dass man kein richtiges Konzept von Gott hat und dass man kein richtiges Konzept und dass man das diesseits nicht gegenüber dem Jenseits richtig einschätzt. Das heißt, der Nutzen ist, als allererstes, wie ich schon gesagt habe, hier glücklich sein, der eigentliche Nutzen ist das Paradies. Glauben Sie mir, und das sage ich ganz ehrlich, suchen Sie nach dem Paradies. Dieses Leben ist ein kurzer Moment. Gucken Sie mal, gestern sind Sie noch mit dem Dreirad um die Garage gefahren oder haben mit dem Fußball gegen die Garage geschossen oder vielleicht hatten Sie keine Garage oder die Schaukel im Garten oder so. Heute sind Sie, was weiß ich, 30, 40, 50, 60 und es wird morgen, was ist morgen? Morgen ist man tot. Deswegen soll man gucken, was ist der richtige Weg für einen, um das Paradies zu finden. Und da muss man natürlich auch wissen, was ist das Paradies? Was ist das Paradies? Allah sagt in einem Heiligen Hadith, sagt er, Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen. Also Dinge, die siehst du im Paradies, kannst du dir jetzt gar nicht vorstellen. So schön. Und was kein Ohr gehört. Dinge, die du hörst, kannst du dir gar nicht vorstellen. So schön. Und Sachen, die noch nicht beim Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das heißt, alles, was es dort gibt, wird wunderbar sein. Und eine Weisheit, wir haben hier Krankheiten und der Mensch wünscht sich Gesundheit. Du wirst vollkommen eine Gesundheit haben. Du wirst im Paradies, möge Allah uns den rechten Weg zeiten, der ins Paradies führt. Dort wirst du keine Alterung spüren. Dort wirst du ewige Freude haben, ewige Lust, ewiges Glücksgefühl. Nicht für einen Tag oder drei Wochen Urlaub im Club Med, sondern für alle Ewigkeit. Das ist es, ohne irgendein Leiden. Und das ist das Ziel, was jeder Mensch haben sollte. Und das ist das, was dadurch erreicht wird, dass wir den einen wahren Gott alleine dienen. Kein Stein, kein Bein, kein Grab, kein Menschen, sondern nur Gott alleine. Und der Prophet in einem Hadif sagt er, jeder Mensch, der stirbt, wenn er stirbt und er hat Gott jemandem beigesellt, also andere neben ihn angebetet und er hat gesagt, die Natur hat Gott erschaffen. weil man muss auch ehrlich reden, der wird in die Hölle gehen. Und jeder Mensch, der Gott alleine dient, der wird ins Paradies kommen. Und Allah sagt in einem Vers im Koran, im Suge 4, Vers 48, er sagt, also Allah erlaubt es, der allmächtige Gott erlaubt es nicht. Wie ich auch eben schon gesagt habe, aus der Bibel heraus, erste Gebot, er erlaubt es nicht, dass man andere neben ihn anbetet oder andere als Gott ansieht. Also das vergibt er nicht, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Das bedeutet, wenn man mit der Sünde stirbt. Natürlich nicht, wenn jemand früher Fehler gemacht hat und er sagt, ich habe Fehler gemacht und er kehrt dann um, dann sieht die Sache anders aus. Und Jesus sagt, Jesus hat gesagt, laut Koran, sagt er in Suche 5, Vers 72, er sagt zu den Leuten von Israel, zu der jüdischen Bevölkerung, dient Allah meinem Herrn und eurem Herrn. Und dann sagt er, Und das ist diese ganze Sache, der eigentliche Nutzen. Und wie gesagt, das Paradies ist ein Ort, das ist ein Ort der ewigen Freude und die Hölle ist ein Ort der ewigen Qual. Und was ich hier an den Tipp mitgebe, an die Menschen, wir wollen mit allen Menschen, die hier sind, also erstmal, ich sehe das als eine Sache, das sehr wichtig ist, heutzutage gerade, dass man also sich selber auch, die anderen auch kennenlernt, woran sie glauben, was sie denken und man muss ehrlich zueinander sein. Ich bin hingekommen, weil sie mir auch am Herzen liegen. Ich wünsche für alle Menschen, die hier sind, das Beste. Ich bin einer von diesem Volk. Ich meine, die deutsche nationale Hunde, braucht es jetzt nicht zu sehen hier, weil der ist auch hier von Deutschland. Aber, was mir am Herzen liegt, ist, dass man, dass man das Wohlergehen der Menschen in dieser und im Jenseits, und ich glaube, der Islam, ich glaube fest daran, der Islam ist das detaillierte Programm dazu. Und ich hoffe, dass sie, selbst wenn sie nicht mit mir einverstanden sind, an was ich gesagt habe, dass sie den Islam betrachten, sich mit dem Islam auseinandersetzen und ganz objektiv nach dem wahren Weg suchen. Möge Allah uns alle den wahren Weg reich leiten. Amin. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die am jüngsten Tag vor dem allmächigen Gott stehen und zu dem Glücklichen gehören. Amin. Ich sage diese Worte Wir machen besser erstmal ein bisschen Pause, oder?